Samuel Walser, gratuliere zum Derbysieg. Am Schluss in der Overtime, ah nein, im Penalti-Schiessen hat man es gemacht. Nach der Durststrecke, die man jetzt auch gemacht hat, lange nicht mehr gewonnen. Umso schöner jetzt hier in Bern. Ja, sicher. Derby gewinnen ist immer cool. Ich glaube, wir haben die letzten paar Matchen gegen den Zug gut gespielt. Lange noch haben wir keine Bässe. Es ist wichtig, haben wir zum Siegen zurückgefunden. Heute defensiv besonders stark. V.a. im ersten Drittel kaum etwas zugelassen. War das der Matchplan? Dass man vor allem defensiv sicher steht? Ja, wir wollten heute den Gegner ein wenig kommen. Unsere Verteidiger haben den Goal einen super Job gemacht. V.a. im ersten Drittel ist es sehr gut aufgegangen. Ich glaube, hinten sind wir sehr gut gestanden. Wir werden möglichst wenig zugelassen. Besten Dank. Gratuliere. Merci.